Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu meinem allerersten Let's Play Battlefield 3. Ich bin der Peacemaker und ich spüre ein bisschen Battlefield 3. Zur Zeit Team Deathmatch auf der Karte Operation Firestorm. 24 Leute und ab geht der Fisch. Gucken wir doch mal, wie die Gegner sind. Ok, der erste ist da. So, die Leute sind da hinten. Dann stürme doch mal die Richtung. So. Da läuft er doch. Nummer 1. Na. Ok. Operation Firestorm ist ja eine meiner Lieblingsmaps in allen Spielvarianten. Am liebsten spiele ich da auch ein... ... 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 Ach, hier müssen wir sogar nur 100 Kills machen. Aber wir liegen leider ein wenig zurück. Immer dieses im Kampf wiederbelebe, ey, das nervt doch ein wenig. Und die Runde ist auch schon zu Ende. War ja nicht sehr erfolgreich, wir haben verloren. Aber ich habe doch mal 10 zu 8. Ist okay, ich bin nicht der beste Spieler, habe zwar schon bessere Runden gespielt. Wie ihr seht, bin ich schon in Köln, Servicestar 1. Ja, das wäre es. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.